Hallo Leute, ich bin's euer Dustin, wir sind heute gerade in Köln und ich hab gleich einen Auftritt und einen Autogrammspunse mit Tom Gerhardt und wir gehen jetzt zur Buchhandlung. Kommt mal mit! Ich dachte, dass ich niemals sieh, du und er dort im Bus, du gabst in meinem Kuss und ich wusste, wundet ihr alle, komm auf! Tut mir leid, doch ich seh die Grenzen mehr, diese Narbe, ja sie bleibt für ihr mehr, wenn ich bleib, Baby wird es noch schnell mehr. Und wir wollen euch hören, komm! Mädchen so wie du, was? Bla bla bla, Mädchen bla bla bla, alles Lügen aus deinem Mund. Bla bla bla, Bla bla bla, Mädchen bla bla bla, Mädchen so wie du, es sind Mädchen so wie du. Sag mir, Baby, warum lässt du mich allein? Sorry Mädchen, nein, ich kann dir nicht verzeihen. Wo ist die Arbe? Alle mit Singies, Ben! Sag mir, Baby, warum lässt du mich allein? Sorry Mädchen, nein, ich kann dir nicht verzeihen. Ich komm nicht mehr zurück, dein Pakt ist leider wahr. Mädchen liebt den anderen, dein Liebe war eine Chance. Du hast mich allein gelassen, deine Worte sind tief, deine Worte sind und weh, so wie ein Messerstich. Missle deine Haare und dein Duft, ich halt es nicht mehr aus, mir fehlt der Atem und die Luft. Schau mir unsere Bilder an, ja wir waren das beste Paar. Doch leider hast du schon vergessen, wie es gestern war. Du bist die Eins, du bist ein Traum für mich. Baby, wenn du weinst und wenn du traurig bist, komm ich bei dir vorbei und nehme deine Hand. Baby, wir sind frei, ja wir sind zusammen. Baby, du bist perfekt, ich habe so ein Glück und bist du. Leute, ich gebe hier gerade Autogramme. Ich bin mit dem Mistraum. Und es macht sehr, sehr viel Spaß. Wir hatten eben gerade den Auftritt zu uns. Es war einfach mega. Du kannst mich verstehen. Baby, du bist meins und du weißt genau. Ja, ich bin auch deins, du kannst mir vertrauen. Bist du mal nicht da, tut mir alles weh. Leute, so ein paar habt ihr nie gesehen. Wenn du bei mir bist, krieg ich Energie. Ich weiß, was es ist, ich bin in dich verliebt. Und wenn ich morgens aufstehe, ja dann denke ich nur an dich. Und auch im Unterricht denke ich nur an dein Gesicht. Und manchmal bin ich doll und diese Scheiße macht mich platt. Doch dann denke ich daran, dass man mein Mädchen gerade macht. Und manche Tage ist es drisend und manchmal fehlt mir auch der Mut. Doch da denke ich, ja mein Mädchen, nur mir geht es wieder gut. Und manchmal bin ich doll und diese Scheiße macht mich platt. Doch da denke ich daran, dass man mein Mädchen gerade macht. Und manche Tage geht es viel fest, es ist egal, was man da tut. Und dann denke ich, ja mein Mädchen, nur mir geht es wieder gut. Ich leg dir nen Ring, Baby, ich lieb dein Haar. Es ist gar kein Ding, ich bin für dich da. Ich tue, was du willst, nenn mir deinen Wunsch. Wenn du mit mir trillst, dann läuft alles rund. Hallo Leute, ich bin's, euer Dustin, ich bin jetzt grad in Köln. Ich war jetzt grad mit Tom Gerhardt auf der Bühne, als ich hab gerappt. Und dann haben wir halt Mats und Murat und ne Autogrammstunde gegeben. Und Leute, nicht vergessen, wir hatten ja ein Gewinnspiel. Und das Gewinnspiel losen wir heute aus. Und dann sag ich mal, let's go. Okay. Okay, der erste, der das gut gewinnt, ist... Out. Kira Biller. Kira Biller, herzlichen Glückwunsch. Du hast dieses Buch hier gewonnen. Alles, alles Gute. Dieses Buch geht an dich. Okay, jetzt ist es bei mir. Ich bin an der Reihe. Dustin hat Kira Biller gezogen. Aber ich werde jetzt ziehen. Ich gehe ganz nach unten, denn die letzten werden die ersten sein. Das ist... Lüchen aus Hamburg. Lüchen aus Hamburg. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und der Bordekant, ja? Das Buch geht an dir. Und es ist wieder an ihn. Ja. Das dritte Buch, Leute, hat gewonnen. Sarah Extra, herzlichen Glückwunsch. Dieses Buch geht an dich. Und man wählt nie so wie die zwei. Aber sie machen Spaß. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und mein ganz guter. Ja. Und das letzte Buch? Herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast dieses wunderbare Buch hier gewonnen. Laura, jetzt bist du fein raus. Ja, Leute, das war es. Die fünf Gewinner haben die schönen Bücher gewonnen. Also, Leute, das war das Gewinnspiel. Herzlichen Glückwunsch an die fünf. Leute, vielleicht kommt hier noch was von Tom und mir. Und, ja, wir verabschieden uns. Ciao. Ciao. Mal sehen, ob was passiert.